Was geht ab Leute und herzlich willkommen zum Restaurant Tycoon. Ihr habt euch noch eine Folge gewünscht und deshalb gibt es jetzt noch eine Folge. Wir haben schon zahlreiche Fortschritte gemacht, wir sind besser geworden, wir haben mehr Mitarbeiter, wir sind weiter was die Skillpunkte angeht, haben mehr Rezepte und so weiter und so fort. Und Thomas, wie geht's dir? Mir geht's natürlich super und meine Mitarbeiter sind höchst motiviert, euch auch leckeres Essen zu bringen. Also in Form aber von Videos, ne? Oh ja Leute, deshalb, wenn euch der Restaurant Tycoon gefällt und ihr sagt, ey Pat, das war wirklich geil, macht uns doch gerne noch eine Folge, dann schreibt es in die Kommentare, dann machen wir nochmal eine neue Folge. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht wohin damit, aber... Ah, da hinten, okay, jetzt haben wir es, ja. Leute, wir haben jede Menge vor in der Folge, wir haben 376 Dollar. Ihr seht, wir haben ein bisschen mehr Platz hier gesorgt und was wir in diesem Video machen werden, ist, wir werden in diesem Video einmal uns Autocollects kaufen, damit wir nicht ständig das Geld einsammeln müssen. Und wir werden uns den Megapass kaufen, Leute. Das wird ja absolute Wahnsinn. Lasst dafür schon mal gerne jetzt ein Like da. Ich platziere mal ganz kurz hier. Hä? Äh, wo ist denn der... Ach so, warte mal. Ich dachte, ich habe jetzt diesen Ding sofort bekommen. Was steht denn da? Äh, Megatables. Ach so, die gibt es wahrscheinlich dann jetzt beim Ikea zu... Äh, ich bin sorry. Ich meine natürlich Ikea zu kaufen, ne? Schauen wir mal ganz kurz nach, ob hier irgendwo jetzt diese Megatables sind. Thomas, wie läuft es denn bei dir? Bei mir läuft es super. Ich bin gerade dabei, ein bisschen meinen Flur zu verzerren. Also halt, äh, damit das nicht alles so langweilig ist. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden, wie das aussieht. Also ich bin da gerade ein bisschen am Tüfteln. Das soll schön aussehen. Da hast du komplett rechts. Okay, also Leute, ihr seht, das sind diese Megatables. Ich kaufe jetzt einfach mal einen. Also der kostet einfach nur 10 Dollar. Ich kaufe einfach mehrere davon, Leute. Seid doch froh. Also was gibt es da für einen Meckern, aber? Ich habe dafür ja Robux ausgegeben von dem her. Wäre jetzt ja auch eine Enttäuschung, wenn es nicht so gut wäre. Aber, Thomas, die Megatables gehen einfach komplett über den ganzen Laden. Das darfst du nicht vergessen. Krank, das ist übel. So, ich stelle die mal auf. Jetzt bin ich wirklich gespannt über den ganzen Laden. Ja, okay, ja. Ich denke mal, Leute, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz nette Länge. Das Problem ist, wir können das erst platzieren, wenn hier dieser, wenn die Kunden hier fertig sind. Deswegen würde ich jetzt auch sagen... Ach, Mann. Lass die doch bitte da sitzen. Nein. Nein. Schick sie weg. Schick sie einfach weg. Genau. So, wir platzieren jetzt das hier. Move. Hier. Hier. Stehen das Ganze um. Und man kann die Sachen noch umstellen, wie ihr merkt, Leute. Das ist... Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. So. Zack. Und dann haben wir nämlich gleich die Seite mit den Megatables. Und, ähm... Ja. Dann können wir die jetzt nämlich hier hinschicken. Der wartet immer noch auf den Cheeseburger. Ähm... Wo auch immer die Pizza hier hinkommen soll. Aber wir haben ja auch mittlerweile schon drei Arbeiter, also drei Köche und einen, ähm... Ja, Waiter. Also einen, der alle serviert. Ich denke mal, die sollten jetzt gleich fertig sein. Und dann platzieren wir unseren XXL-Tisch. Theoretisch würde hier auch noch einer hinpassen. Ein Tisch. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Aber ansonsten müssen wir uns auch langsam mal ein bisschen mehr Platz kaufen, ne? Okay. Ähm... Ja. Unsere Arbeiter sind auch noch zufrieden. Es ist 100% überall. Das ist auch ganz gut. Und jetzt sind die fertig. Jetzt schicke ich die sofort weg. So. Macht, dass ihr Land gewinnt. So. Okay. Sind die durch? Sind die durch? Okay. Wir haben, äh... Den Tag abgeschlossen. Ah, Mann. Der will noch ein Brezel haben. Wir haben 137 Skill-Punkte. Das heißt, ich kann mir eine Foodbox holen. Und wir bekommen... Ähm... Was ist denn das? Garlic Bread? Irgendwas Italienisches. Hast du das auch schon? Äh... Nee, das habe ich nicht, weil ich habe kein italienisches Restaurant. Ah. Ich bin ja nur, ähm... Amerikanisch, Belgisch, Deutsch und Niederländisch. Das ist meine Spezialität. Das macht natürlich dann Sinn. Man kann ja auch nur Musik abspielen, hast du auch gesagt, ne? Genau. Habe ich direkt gemacht. Kann man sich, äh... Im Musikladen kaufen. Verschiedene Platten. Finde ich eine coole Sache, muss ich sagen. Auf jeden Fall. So. Ich will jetzt auch gar nicht die Typen hier verscheuchen vom Tisch. Aber ich hoffe einfach, die hauen mal langsam ab. So, Autocollect. Also eigentlich müsst ihr das einsammeln, oder? Eigentlich schon. Also das ist der Sinn dahinter, würde ich fast behoben. Hä? Ich habe das... Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Also eigentlich müsst ihr das Geld mitnehmen. Ähm... Wir gucken mal, ob ich da jetzt nochmal draufklicken muss. Aber eigentlich dürfte das nicht sein. Oder vielleicht macht der das erstmal jetzt. So. Ähm... So. Okay, also. Den Tisch packen wir mal weg. Am besten ich verkaufe das einfach mal. Sell. Sell. Dann kaufen wir uns andere Stühle hier. Das sollte passen. Ähm... Geld wird komischerweise nicht eingesammelt. Was sehr, sehr fragwürdig ist. Weil ich ja Autocollect eigentlich gekauft habe. Oder habe ich? Ja klar, ich habe es gekauft jetzt. Darf ich mir jetzt nicht einbilden, dass ich mir jetzt nicht gekauft habe. Ähm... Es ist natürlich ein bisschen doof, ne? 200 Robux ausgegeben und es wird nicht eingesammelt. So. Ich bin jetzt hier wieder im Laden angekommen. Ich kaufe jetzt jede Menge, äh... Chairs, würde ich sagen. Damit hier auch wirklich viele Leute, äh... Am Tisch sitzen können. Ich denke mal, das hier sollte so passen. So. Dann gucken wir mal ganz kurz nach. Tycoon Teleport. Und jetzt packen wir mal jede Menge hier am Tisch. Genau. Wir haben jetzt insgesamt acht Stühle. So. Ich denke mal, das sollten wir benötigen. Zack, 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 zack. Ja. Ja. Leute. Das passt so. Ich platziere noch einen genau da hin. Okay, da kann eine ganze Fußballmannschaft hin, würde ich fast sagen. Oh, schön. Alter. Da kann ich ja direkt vorbeikommen. Das musst du dir mal anschauen. Das sind einfach sieben Leute in den Laden reingemarschiert. Okay. Nein, das heißt ordentlich Geld, ne? Und die kommen jetzt alle an einen Tisch. Schön, aber... Hier passen ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Ach, das sind genau sieben, oder was? Ne, das sind acht. Wollte gerade sagen. Okay. Die wollen jetzt alle drankommen. Okay. Also, der Laden füllt sich... Das Einzige, was ich jetzt komisch finde, ist das mit dem Auto bei. Das ärgert mich ein bisschen. Falls ihr wisst, Leute, woran das liegt, dann schreibt es sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, weil ich kann es mir gerade irgendwie nicht so ganz erklären. Ja, ich kann mir das irgendwie auch nicht erklären so richtig. Finde ich ein bisschen komisch, muss ich sogar sagen. Ja, aber eigentlich, wie gesagt, es ist ja gekauft, ne? Genau, genau, das ist es. Also, so sehe ich das auch zumindest. Naja, vielleicht muss ich einfach nochmal das Spiel neu starten, aber das weiß ich jetzt nicht. Will ich jetzt auch nicht in der Aufnahme unbedingt machen. Ähm, okay. Was jetzt vielleicht auch nochmal ganz gut wäre, ist, wenn wir uns noch einen Arbeiter kaufen würden, weil ich glaube, der ist ein bisschen ausgelastet. So, wir stellen jetzt noch einen zweiten ein, der die Sachen hin und her bringt. Und, äh, das sollte, denke ich, auch mal passen bei der Kundenmenge hier mittlerweile im Laden, ne? Hä, besonders die kommt zu 7 und einfach, einer isst nur was. Ein einziger isst was, was soll das? Kann man so machen, ne? Ein einziger isst was, ey, da fühlt man sich wirklich veräppelt hier, ne? Das kann ich aber auch nicht ganz nachvollziehen, aber ich meine, äh, ist ja deren Recht, ne? Naja, also in meinem Laden nicht, nein, ich schmeiß die raus. Ah, okay, das ist ja auch nett. Wofür ist eigentlich der Kühlschrank? Das habe ich die ganze Zeit schon gefragt. Weiß ich nicht. Nee, vielleicht kriegt man dadurch auch noch andere Gerichte? Ich habe mir jetzt mal den Kühlschrank gekauft, bin ich mal gespannt, was der jetzt macht. Fridge, platzieren wir mal hier in die Ecke, würde ich sagen, genau. Ähm, kann ich da drauf drücken? Nee. So, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch Geld für einen neuen, äh, Mitarbeiter. Hast du das vor, oder wie sieht's aus? Nee, da brauche ich noch ein bisschen für. Okay. Also, ich habe jetzt die Küche gekauft, äh, die Küche, die, den Kühlschrank habe ich gekauft, aber ich weiß nicht, was der, wie gesagt, macht. Ich bräuchte aber, wie gesagt, jetzt auch noch einen neuen Koch, weil jetzt steht momentan eine Platte hier die ganze Zeit leer, und das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Das kann nicht wahr, Steinlein, hör mal. Das muss laufen, das Ding. Das kann, das kann so nicht weitergehen. Hier, Bratwurst wird auch serviert. Perfekt. Okay, jetzt essen die hier schon mal alle. Aber das ärgert mich ein bisschen, dass diese ganze Reihe hier am Tisch noch frei ist. Das ärgert mich ein bisschen, aber okay. Wir haben halt zu wenig Platz. Wir müssen das Restaurant theoretisch langsam mal ausbauen. Okay, 34 Skillpunkte habe ich bekommen, und das war jetzt der neunte Tag. Also, ihr merkt wahrscheinlich, wir haben schon ein bisschen gespielt. Ach, ein bisschen. Wir konnten gar nicht mehr die Finger davon lassen, hör mal. Das Spiel macht doch unfassbar viel Spaß, ne? Ja, das ist echt unglaublich hier. Wir machen jetzt folgendes, Leute. Wir machen süchtig. Wir machen jetzt folgendes. Wir kaufen uns 2500 Geld. 2500 Geld haben wir uns jetzt gekauft. Und jetzt machen wir den Laden komplett hier dicht. Wir machen folgendes, Leute. Wir kaufen uns erstmal hier, ähm, was machen wir denn hier? Wir machen erstmal Expanded Plot. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz hier. Das ist perfekt, Leute, perfekt. Jetzt können wir nämlich hier auf die andere Seite auch noch ein paar Stühle platzieren. Dann, äh, hätte ich gesagt, da ist es ja nicht weitergegangen. Okay. Ich überlege gerade, wie wir den zweiten Tisch eventuell platzieren könnten, aber das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, obwohl, wenn ich das nochmal upgrade, ist das dann vielleicht sinnvoll, Leute? Ist es sinnvoll, das nochmal zu upgraden? Ich hole mir auf jeden Fall jetzt erstmal den nächsten Mitarbeiter. Haben wir jetzt... Eine Platte haben wir noch frei, genau. So, die Platte wäre noch frei. Der kommt jetzt hier erstmal ran. Muss natürlich auch wieder eingelernt werden, soweit ich weiß, ne? Ich glaube, man muss ja noch... Also, ich weiß gar nicht, ob sich das von anderen Mitarbeitern abschaut, aber ich glaube nicht. Ähm, warten wir einfach mal kurz, ob sich da irgendwas tut, aber ich glaube nicht. Gucken wir mal. Und... Ah, doch, jetzt macht der hier schon die Arbeit, oder? Oder der schaut mir zu? Ne, der schaut mir, glaube ich, zu. Egal, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Arbeit wieder. Ich habe noch gar nicht nachgefragt. Thomas, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich bin gerade dabei, meinen Teppich mehr oder weniger irgendwie herzurichten. Ich bin aber damit mal gar nicht zufrieden. Irgendwie klappt dieses System gar nicht, weil jedes Mal kriege ich irgendeine Fehlermeldung und das regt mich ein bisschen auf, muss ich sagen. Welche Fehlermeldung? Ja, dass irgendwas fehlt oder ich kann da... Es sind nicht genügend Teppichteile da, ich habe nicht genügend Flure und was auch immer. Also, ein bisschen doof finde ich vom Prinzip her. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, stelle mich dumm an, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Aber ich baue jetzt hier auch weiter aus. Deswegen gucke ich mal jetzt, wie das hier wird. Ich mache das jetzt hier ganz schnuckelig von der Einrichtung und habe mir jetzt zum Beispiel ein Lagerfeuer geholt, einen kleinen Globus, den ich hier hinstelle. So ein paar Kleinigkeiten, ein Aquarium packe ich hier auf jeden Fall hin, damit die Leute auch was zu gucken haben, weißt du? Also, ich packe jetzt hier ein paar Sachen hin, du kannst es ja gleich gerne mal angucken. Wird, glaube ich, ganz schön werden. Nice. Ich habe jetzt übrigens auch noch gekauft, dass die Leute mehrere Teller auf einmal nehmen können, nur ganz kurz als Info am Rande. Und jetzt ist die Frage, soll ich Card Payment auch annehmen? Dann hätte ich theoretisch die Möglichkeit, ja, dass per Karte bezahlt wird. Aber eigentlich ist es viel zu viel Geld dafür. Ich würde fast sagen, Leute, wir besorgen uns erstmal jetzt hier die Stühle, weil wir können jetzt hier auch noch auf der anderen Seite ein paar Stühle platzieren. Was mich ein bisschen immer noch ärgert, ist, dass es mit dem Kaufen nicht klappt, mit dem Bezahlen, also Auto-Collect. So, also jetzt haben wir hier auf der Seite auch noch ein bisschen Platz. Das ist auch sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich mal gerne ein bisschen was in Werbung reinstecken. Dann bekommt man, glaube ich, einen besseren Ruf. Oder Deko? Sollen wir Deko kaufen? Finde ich, glaube, Deko ist auch nicht verkehrt, ne? Ja, Deko ist auch nie verkehrt. Deswegen, da bin ich nämlich gerade bei. Du wirst es gleich sehen. Ich zeige dir erstmal gleich, wie ich das gemacht habe. Ich sage dir da gleich Bescheid zu. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, ehrlich gesagt. Was mich aber ein bisschen sehr stört, ist wieder, wenn du hier irgendwas einrichten willst, ne? Sagen wir mal, du willst einen Tisch umstellen, weil du irgendeine Deko-Sache gekauft hast, was auch immer. So, dann kannst du die Tische nicht verschieben, wenn ein Gast dran ist. Ja, das stimmt. Man muss entweder den Laden schließen oder warten, bis die weg sind. Genau. Und das finde ich ein bisschen doof gemacht. Ah, so funktioniert das. Also jetzt haben wir so eine größere Fläche und wir können sofort mehrere Sachen mitnehmen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Ich muss ihn ja noch einlernen. Das sehe ich hier gerade wieder. Ich habe 1200 Geld. Also ich muss hier... Oh, da kommen wieder vier rein, aber das ist von der anderen. Äh, von etwas anderem sehe ich gerade. Okay. Also die wollen jetzt hier einen Vierertisch. Okay, aber ich habe ja immer noch Platz. Das wundert mich gerade ein bisschen. Bitte. Also wenn diese Seite hier nicht gefüllt wird, dann ist es echt ärgerlich. Zwei, vier, sechs, sieben. Das sollte noch genug sein eigentlich. Collect dishes, das mache ich jetzt auch nicht. Ähm. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht, Leute. So wie es aussieht, funktioniert das tatsächlich nicht. Das ist echt schade. Weil jetzt habe ich eigentlich umsonst erstmal, ähm, ja, was gekauft, weißt du? Ja, ich muss jetzt mein Restaurant kurz schließen einfach. Ähm, muss ich gerade sogar ehrlich gesagt mal sagen, weil ich muss meine Tische umstellen. Das geht einfach nicht. Die Leute können hier nicht sitzen, wenn ich die Tische umstellen will. Da muss ich einen leider rausschmeißen. Tut mir leid, Kollege. Aber, ja, ich muss das leider machen. Hör mal. Swingen die jetzt wirklich raus? Ja, jetzt ist keine mehr da. Ich habe keine Gäste mehr. Oh, das ist ein Teil für Lust, Thomas. Ja, ich weiß, es ist schade. Ich versuche mich auch zu beeilen, dass ich hier den Verlust irgendwie verkraften kann, weißt du? Ja, ja. So, ja, der eine ist jetzt eingearbeitet, Leute, soweit ich weiß, also wenn ich das richtig sehe. So. Man selbst ist natürlich immer am schnellsten am Kochen. Obwohl, ich glaube, die Bots, wenn die aufsteigen, also die Mitarbeiter, sind auch relativ flott unterwegs. Die machen das schon ein Schlechthörmer. Wollte gerade sagen, ne? Also schlecht reden kann man das nicht, finde ich. Ne, ne, ne. Also, Leute, ich kann nur so viel sagen, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, ich kann es euch echt nur empfehlen. Wie gesagt, Restaurant Tycoon ist auch momentan eins der meistgespielten Spiele. Ja, wir haben deswegen, weil wir das einfach so geil fanden, auch gedacht, wir bringen echt einen zweiten Part raus. Wir konnten, ich weiß nicht, wir konnten die Finger nicht lassen. Das hat echt Spaß gemacht. Kauf einfach mal Cards Payment, Leute. Das heißt, die Leute können jetzt mit Karte bezahlen, wenn es jetzt immer noch nicht klappt und die Leute immer noch, äh, ja, sag ich mal, ähm, ja, das Geld auf dem Tisch liegen lassen, dann bin ich wirklich enttäuscht, weil dann habe ich zweimal Geld ausgegeben, ohne dass es irgendwas gebracht hat. Das wäre natürlich jetzt echt ärgerlich. Und ich könnte theoretisch noch einen Koch einstellen und ich habe 117 Skill-Punkte bekommen. Das ist ganz ordentlich, ne? Das ist ganz ordentlich. Tag 11 ist jetzt angekommen. Äh, Hario New. So, jetzt haben wir hier den nächsten eingestellt. Den nächsten Arbeiter, den nächsten Koch. So. Ähm, die Küche ist nämlich noch nicht ganz gefüllt. Das ist ganz gut. Das eignet sich ganz gut. So, A und S. Der schaut mir jetzt hier wieder ein bisschen bald zu. So. Ich kann jetzt aber auch erstmal gleich wieder was mit den Skill-Punkten holen. Das ist auch sehr empfehlens. Wir werden immer die neuesten Sachen, immer neue Essenssachen reinholen, ne? So, jetzt die Sache, Leute. 450 Dollar haben wir. Ich würde den Typen auch sehr, sehr gerne mal einlernen. Ja, moin! Ich hätte einfach nicht mehr die Möglichkeit, wieder da drauf zu klicken. Weil so viele Arbeiter einfach die sofort die Bestellung aufnehmen, weißt du? Ja, verstehe. Komisch, ey. Ja, nee, es ist ja normal, weil wenn fünf Sachen, ne, zum Auftrag sind, dann wird diese Aufgabe sofort an den Computer übermittelt, ne? Ja, klar, klar. Aber ich meine, es ist halt doof für dich. Dann kann ich ja theoretisch fast nichts, ja, zeigen, ne? Genau, genau, das meine ich. Deswegen fand ich das ein bisschen komisch. Ich konnte schon wieder nicht auf Cook drücken. Egal, Leute. Ich kaufe jetzt hier neue Möbel und dann würde ich nämlich sagen, haben wir in diesem Video auch wieder sehr, sehr viel geschafft. Bei so einem großen Tisch. Der Tisch kostet auch übrigens Robux, ne? Ah, guck dir mal den an. Ja, ich habe auch einen größeren Tisch, aber guck mal, komm mal zu mir rüber, dann siehst du, wie das bei mir aussieht. Hör mal. Ich komme jetzt auch mal rüber zu Thomas. Moment. Zack. Da passen jetzt auch jede Menge hin. So, machen wir so folgendermaßen. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Alter, hier ist aber auch jetzt voller Betrieb. Ähm, ich gehe mal weg. So, gucken wir bei Thomas mal ganz kurz rüber. Ah, ja. Aha. Sieht aus wie in so einer familiären Schube hier. Ja, ich sage ja, schön gemacht, schön dekorativ, der Boden ein bisschen trendy und so. Aber, du siehst da, ich habe halt irgendwie einfach Wiese in meinem Boden. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Nee. Was ich cool finde, ist diese Lampen. Ja. Die sehen wirklich gut aus. Die überzogen mich einfach. Die sehen wirklich gut aus. Alter, wie viel jetzt hier los ist, ne? Also, die laufen ja hier von einem zum anderen Tisch. Jetzt kann ich hier nochmal ganz kurz kochen. Eine Bratwurst würde ich gerne machen. Damit der Typ auch eingearbeitet wird, weil der steht aktuell nur herum. Das ist ja auch mega unnötig, ne? Ja, das ist doof. Also, Leute, ihr seht, hier passen jetzt mittlerweile doch irgendwie elf Leute hin. Da kamen auf einmal mega viele rein. Äh, also, naja, es sind immer noch nicht alle Sitze gefüllt, aber zumindest fast alle. Das ist schon mal ganz gut. Hier geht auf jeden Fall die Post ab, Leute. Und ich würde sagen, das wäre doch eine erfolgreiche Folge gewesen. Und hier mit diesem Abschluss, hier mit dem Bonus-Cash, würde ich sagen, verabschieden wir uns dann gleich in fünf Sekunden. Äh, falls ihr, wie gesagt, das Video gefeiert habt, lasst sehr, sehr gerne ein Like, dann ein Abo da. Dann gibt's einen zweiten Part. Und lasst mal auch gerne, äh, ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das gut fand, dass es so eine längere Folge heute war. Oder ob ihr sagt, lieber kürzere Folgen. Würde uns nämlich auch mal interessieren. So, und ich würde sagen, wir haben jetzt hier noch Bonus-Cash. Was hier in diesen, äh, was wir dann beim nächsten Mal bekommen in der Foodbox, seht ihr dann im nächsten Video. Also Leute, like da lassen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.